Sri Krishna vereint Einheit mit Vielfalt. In unserer Zeit ist Advaita die Lehre zur populären Weltanschauung erwachsen. Man kann dadurch auch die peinlich gewordene Frage nach Gott umgehen. Was bedeutet denn Advaita wirklich? Befreite Seelen, welche aus dem Entwicklungskreislauf Samsara herausgehen, gehen nicht in Gott ein im Sinne einer Verschmelzung, und überwinden dennoch alle Trennung zu ihm, ohne jedoch ihre individuelle Identität aufzugeben. Diesen Zustand nennt man Liebe, der Austausch zwischen zwei ewig seienden Wesenheiten, Gott und der Seele. In der Liebe steht die individuelle Beziehung in einer schöpferischen Spannung, mit dem ewigen Miteinander verwoben sein. Zwei Arten des Einseins Vastu Ekatva Einheit in der Substanz, Einheit im Sein, völlige und endgültige und irreversible Aufhebung der Individualität, Verschmelzung mit dem Brahman. Das ist die Erfahrung von Friede. Dharma Ekatva Einheit in der Bestimmung, Einheit in der Ausrichtung. Wenn zwei ewige Wesen, Gott und die Seele, ewiglich konfliktlos in einem Austausch stehen. Es besteht aufgrund der Einheit keinerlei Spannung. Das ist die Erfahrung von Liebe. Wir leben in einer Welt der Konflikte und auch in spirituell-philosophischen Kreisen definiert man sich oft durch Abgrenzung. Ein schwacher Glaube braucht einen Feind. Die anfolgenden Gedanken mögen vielleicht zur Versöhnung widersprüchlicher Verständnisse beitragen. Wenn man glaubt, man müsse eine Wahl treffen zwischen Monismus, Advaita und Theismus, Tvaita, dann befindet man sich bereits in der Dualität, welche nicht alles zum Fassen vermag. Die spirituelle Wirklichkeit kann beide Aspekte miteinander auf eine Weise verbinden, dass es als Hinweis auf eine ganz andere Wirklichkeit verstanden werden kann. In der Vielfalt dieser materiellen Welt gibt es nicht Koexistenz zwischen sich widersprechenden Gegensätzlichkeiten. Sie lösen sich auf. Sie hält diese Komplexität parallel existierender Wirklichkeiten nicht aus. Advaita bedeutet nicht exakt Monismus, aber nicht Dual. In dieser Welt erleben wir Einheit und Dualität. Advaita bedeutet weder noch. Auf einer höheren Wirklichkeit fallen die Gegensätze in einer umfassenden Einheit neu zusammen. Considencia oppositorum. Koexistenz, die sich nicht gegenseitig auflöst, sondern bereichert. Das ist die harmonisierende Qualität der absoluten Realität. Dann braucht man nicht irgendwelche Aussagen der Heiligen Schriften zu betonen und andere zu bekämpfen, nur um seine Weltanschauung zu rechtfertigen, sondern erkennt, dass in der Gegensätzlichkeit der verschiedenen Aussagen auf eine höhere Harmonie hingewiesen wird. Diese Ganzheit ist für den Verstand nicht zu fassen. Wenn man das Heilige mit den eigenen Vorstellungen überlagert, resultiert nicht die Wahrheit daraus, sondern die eigene Vorstellung der Wahrheit. Die eigene relative Erfahrung des Absoluten darf nicht verabsolutiert werden, denn das wäre die Stagnation der inneren Entwicklung. Die Advaita-Erfahrung ist Vielheit ohne Konflikt. Einheit in der Zweiheit. Das ist Liebe. Die absolute Wahrheit ist Advaya. Shrimad Bhagavatam 1.2.11 Nicht dual. Nicht zweiaft. Das bedeutet, dass es in ihr keine Dualität gibt, dass sie nur eins ist, unio und communio. Einheit und Beziehung zur gleichen Zeit gegenwärtig. Eine Einheit, die auch die Vielheit in sich integrieren kann, in der die Gegensätzlichkeiten sich ergänzen. Die andauernden Gegensätze in den heiligen Texten sollen dem Studenten begreiflich machen, in unablässigem Bemühen vom bloßen Schatten des Wortes zu dem wirklichen Worte hinzufinden, in dem Wort und Idee und die Sache selbst, die durch das Wort ausgedrückt wird, eins sind. Das Aufleuchten dieser Erkenntnis im eigenen Inneren wird Spurti genannt, das Aufbrechen des Sinnes des Wortes. Die vorher einzig wahrnehmbare Schattenhülle des Wortes zieht sich zurück und das ewig göttliche Wort macht sich aus eigener Initiative in seinem wahren Wesen erkennbar. Es ist das Wort, das eine der Seinsweisen von Gott selbst ist. Schabta Praman Alles umfassend, erfüllend und umhüllend. Der letzte Grund von allem Der von Zeit und Raum unbegrenzte Vipu Er ist der Gestalthafer Er ist der Gestalthafte Murtiman Er ist unbefleckt durch Wirken Niralipa Er ist voller Tätigkeit Kriyaman Er ist von allen zu verehren Sarvaradia Er ist ein einfacher Kurhirte in Vrindavan Nandanandana Er steht jenseits von allem Denken Jintatita Er ist mit dem Auge der Bhakti wahrnehmbar Er ist allwissend Sarvakya Er ist von Liebe überwältigt Mukdata Er ist allen gleichgesinnt hat keinen Freund und auch keinen Feind Bhagavad Gita 9.29 Seine Geweihten sind ihm lieb Sie sind ihm und er ist ihnen Bhagavad Gita 9.29 Er ist unbeweglich Anicat Ishopanishad 4 Er ist schneller als der Geist Ishopanishad 4 Er hat keine Hände und keine Füße Svetasvatara Upanishad 3.19 Er hat eine unbegrenzte Anzahl Hände und Füße Bhagavad Gita 13.14 Rigveda 10.90 Punkt 1 Er ist von allen außerordentlich weit entfernt Ishopanishad 5 Er ist allem außerordentlich nahe Ishopanishad 5 Er hat keine Namen Er hat eine unendliche Anzahl von Namen Scheinbare Widersprüchlichkeit löst sich und verweist auf eine umfassendere Wirklichkeit hin Die höchste absolute Wahrheit hat transzendentale Formen Eigenschaften und Charakter Da sie nichts zu tun braucht da alles nur von seiner Itchya-Shakti seiner Wunschkraft geschieht spielt sie Dies dramatische Liebesspiel des letztendlichen Bewusstseins nennt man Lila Die heiligen Schriften beschreiben dies um uns die Faszination der Wirklichkeit zu vermitteln Krishna hat Ajintya-Shakti In dieser Welt schließen sich Gegenseitlichkeiten aus Man kann nicht zur gleichen Zeit der Größte und der Kleinste sein Aber in der Transzendenz ist es aufgrund seiner Ajintya-Shakti möglich Gegensätze zu vereinen Er ist zur gleichen Zeit alldurchdringende Energie wie auch Individualität Krishna die absolute Wahrheit spielt in Vrindavan wie ein Kind Seine Freunde beklagen sich bei Yashoda da Krishna Erde gegessen habe Sie kommt und bezichtigt ihn Er der die Ursache von allem ist der selbst von der Angst in personifizierter Form gefürchtet wird ist nun wirklich ängstlich vor seiner Mutter Mutter Yashoda will Sri Krishna von der Erde befreien und bittet ihn seinen Mund zu öffnen und erblickt in ihm Millionen von Universen die gesamte Schöpfung Das ist die Bedeutung von Advaita nicht Dual Diese höchste Wahrheit ist ein individuelles Wesen und in ihm existiert keine Dualität Es gibt in ihm keinen Unterschied zwischen innen und außen Von ihm gehen alle Universen aus und zur gleichen Zeit sind sie auch in ihm Bhagavad Gita 9.4 Yashoda aber ist geblendet von ihrer elterlichen Liebe Yoga Maya und denkt Krishna sei unter dem Einfluss von einem Geist und ruft Brahmanas um diesen Geist auszutreiben und um Krishna zu beschützen Sie denkt dass aufgrund dieses Einflusses ihr Kind so unruhig sei und deshalb von Haus zu Haus schleiche und Butter stehle Krishna hat überall in Vrindavan Butter gestohlen Seine Mutter hat ihn einmal dabei erwischt Krishna hat sein wunderbar schwarzes Gesicht noch voller Butter und ganz ängstlich sagt er O Maya ich habe keine Butter gestohlen Äußerlich sieht es so aus wie eine ganz gewöhnliche Alltagsszene in einem indischen Dorf Eine Erzählung die da seit Generationen erzählt wird Aber da Krishna die höchste Wahrheit ist und auf Erden spielt mit seinem ewigen Beigesellen ist darin die tiefste Weisheit des Vedanta verborgen Ist es Lüge wenn Krishna sagt er hätte keine Butter gestohlen Alles kommt aus der absoluten Wahrheit aus und ihr gehört alles Man kann nicht stehlen was einem selbst gehört Krishna ist effektiv der alleinige Besitzer von allem Bhagavad Gita 5.29 Das ist Advaita nicht Dualität Considentia Oppositorum Bei ihm fallen die Widersprüche zusammen Die Lüge wird Wahrheit Krishna spielt mit unzähligen Kuhhirten in den Wäldern Vrindavans Er spielt auf der Flöte und sein Wesen ist nur Lieblichkeit Romantik und Schönheit Alle Eigenschaften die einen in der zeitwelligen Welt anziehen haben ihren Ursprung in der Wahrheit Mit all seinen kuhirten Freunden sitzt er nun im Wald von Brindavan Sie lachen miteinander und essen Jeder von den Millionen von Freunden denkt Sri Krishna sitze direkt vor ihm und er spreche direkt mit ihm und teile mit ihm die Nahrung Ein Freund sagt zu Krishna Bitte esse auch von diesem Samosa welches meine Mutter wunderbar zubereitet hat und stecke es Sri Krishna in den Mund Alle von den Kuhhirten im Kreis haben diese Erfahrung direkt vor Sri Krishna zu sitzen und von ihm angesprochen zu werden Das ist die Bedeutung von Advaita Die Wahrheit ist unlimitiert und muss deshalb auch allgegenwärtig alldurchdringend sein Aber in seiner Unbegrenztheit ist sie auch individuell Wenn sie nur überall wäre und nicht auch gleichzeitig lokalisiert dann würde ihr ein Aspekt fehlen Das Unbegrenzte muss also gleichzeitig beide Aspekte umfassen Sonst wäre es limitiert Die Erfahrung von Form in der physischen Welt ist immer nur an einem Ort begrenzt und limitiert Aber in der Transzendenz koexistieren gegensätzliche Eigenschaften Sri Krishna sitzt mit unzähligen Freunden zusammen und jeder erfährt dass er direkt neben ihm sitzt und eine intime Beziehung mit ihm hat Das ist Advaita Es gibt bei ihm nicht ein vorne oder hinten In den theologischen Systemen der Welt findet man immer die soziale Struktur des Patriarchates in das Gottesbild hineingewoben Gott ist der Vater Es existiert so viel männliche Dominanz im Gebiet von Theologie Aber warum sollte Gott männlich sein? Das Bhagavatam erklärt dass die absolute Wahrheit auch weiblich ist Mann Frau Aspekte sind ein fundamentales Prinzip das fast die gesamte materielle Existenz durchdringt Da diese Welt eine Spiegelung der Wirklichkeit ist muss dieser Aspekt auch im ewigen Transzendenten Ursprung seine Grundlage als Grundentwurf als Archetyp vorhanden sein Die Veden offenbaren Radha und Krishna als die eine absolute Wahrheit die sich ewig in zwei geteilt habe und den Austausch der Liebe selber erfahren Diese Einheit wird Prema Bhakti genannt Der Schimmer dieser Liebe Erfahrung der nicht dualen Welt ist auch hier erfahrbar als Bhakti Yoga in der liebenden Hingabe zu Gott Wenn Krishna Vrindavan verlässt und Radhika in den Wäldern Vrindavans weinend zurückbleibt dann erinnert sie sich an das wunderbare Lächeln Krishnas wie er singt wie er so bezaubernd auf der Flöte spielt und alle bewegenden und nicht bewegenden Lebewesen damit betört Vögel und Bäume sind absorbiert in Trance In den Trennungsgefühlen absorbiert in die Erinnerung an Krishna spürt Radha plötzlich ganz sanfte Hände die ihre Augen bedecken Ist es Lalita oder Vishaka Nein ich bin es und Sri Krishna steht direkt vor ihr Radhika kann es noch nicht glauben und Krishna wischt ganz sanft mit seinem eigenen Pitambara Krishnas gelben Doti ihre Tränen ab Wieso weinst du ich werde dich nie verlassen Im nächsten Moment verschwindet dieses Burti Vision und Radhika fällt im erneuten Trennungsschmerz bewusstlos zu Boden In dieser Welt sind wir mit einer Person oder getrennt von ihr Trennung Vipralamba und Begegnung Samboga sind nie gleichzeitig Aber in der transzendentalen Sphäre gibt es keine Dualität darin So gibt es Begegnung in Trennung Prema Vivarta und auch Trennung in der Begegnung Prema Vajitja Das ist die Erfahrung von Advaita nicht Dualität In dieser Welt ist Klang und Form voneinander verschieden Durch Klang ist die Form nicht direkt erfahrbar Aber absoluter Klang der Heilige Name Gottes vermag alle Wahrnehmung zu vermitteln Berührung Geruch Geschmack Begegnung und Beziehung Aus diesem Grund ist die Erfahrung der transzendentalen Wirklichkeit zugänglich in dieser Welt durch das Medium von spirituellem Klang Durch Absorption in den Heiligen Namen erweitert sich dieser in die Form der absoluten Wahrheit in den Geruch des Absoluten in das Flötenspiel des Höchsten All das ist erfahrbar durch nicht dualen Klang der Heilige Name Gottes Das ist die Erfahrung von Advaita Das